Wie erklärt man jemandem, was für ein Gefühl das ist? Ich glaube, wer einmal einen fährt, fährt nichts anderes mehr. Bimbi ist auf jeden Fall Teil unserer Familie. Und wie fühlst du dich? Super! Wenn ich dieses Tor öffne und hier reinkomme, bin ich wie bei meiner zweiten Familie, wie in einer Art Schatzkammer bei meinen Fahrzeugen, die Stück für Stück alle ihre eigene Geschichte haben. Wie ich oben auf der Treppe gestanden habe, habe ich das Auto das erste Mal gesehen. Es war schon ein erhebendes Gefühl. Das sind Erinnerungen an schöne Reisen, Spanien, Skandinavien, an weite Thun. Wenn ich irgendwo auf dem Hinterhof wieder einen stehen sehe, so einen schönen alten BMW, dann lügt es dann wieder in den Fingern. Mein erster war ein 520i. Ich habe kaum zuverlässigere Fahrzeuge gefahren als diese Bauheile. Also beim M-Coupé, da ist Spaß und Dampf drin, was man am Gaspedal dann auch spürt. Das ist eben einfach Fahrfreude pur. Das ist wendig, das ist direkt. Darum ist das eine Freude, das Fahrzeug zu bewegen. An den Dreiern finde ich wunderbar die Vielfalt und die wunderbar schlichte Eleganz, die schöne Linie. Manche Autos werden für manche Menschen gebaut und dieses Auto ist definitiv für mich gebaut. Das war das Fahrzeug, das ist eine Freude, das eine Runde. Untertitelung des ZDF, 2020